Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde von Watch This. Die allermeisten von euch haben sich ja gewünscht, dass wir das Baby hier weiterspielen. Also schauen wir mal, ob wir in dieser Runde das in der erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, na dann zeigt doch mal her, wer sich in unsere Bildschirne Abstammungsgeschichte eingliedern kann. Ich sehe schon. Familie zu verkaufen. Günstig. Okay Leute, ich weiß nicht ganz, ob es Fluch oder Segen bedeutet, dass wir hier wieder an der gleichen Stelle starten. Aber was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist diese kleinen Kärtchen, die ihr hier seht. Sind Zaubersprüche, mit denen wir uns unsere Gegner hier vom Leib halten können. Je nachdem, was wir halt bekommen. Also ist das auf jeden Fall nützlich. Sollten wir auf jeden Fall so eine Memory-Tafel benutzen. Hallöchen! Ihr Leute da draußen, die sich an meinem Leid ergötzen. Heute nicht! Denn ich bin fucking vorbereitet. Und ich habe Mumm, Mumm und Motivation von meiner Zuschauerschaft, das hier durchzuziehen. Möglichst unbeschadet. Kreissegilein fährt allein in meine Gedärme rein. Zieh dich vor, scharf und spitz. Das ist hier kein Witz. Oh, danke schön, Steph, danke schön. Du hast richtig gut gemacht. Eine kühle Erfrischung und ein saftiges Bürgerlein hat auch auf jeden Fall noch niemandem geschadet. Es ist übrigens erwiesen von diversen Studien, dass Bürger Computerspiele um 87,6% cooler machen. Also seien wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch dankbar, dass sie daran gedacht haben. Hi! Hier war irgendeine Treppe, die ich benutzen konnte? Das ist keine Treppe, Steph, das ist eine Leiter. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es auf jeden Fall richtig raus im Leben. Okay. Okay, ich spare mir die Dinge nochmal noch auf, falls wir sie brauchen. So, ich muss... Fucking shit. Okay, hier war irgendwo der rote Schlüssel, oder? Es ist, glaube ich, immer zufällig, wo man anfängt. Aber es ist immer gleich von der Kartenaufteilung her. Es ist ja noch Early Access. Ich denke mal, die werden in Zukunft hier noch einige andere Karten inkludieren. Da haben wir einen Code. Da haben wir den Code. Nein, 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 nein. Oh, du Vollidiot. Alter, du Vollidiot. Da komme ich jetzt nicht mehr hin, oder? Och, nö. Verdammte Axt, Alter. Okay, den Code brauchen wir auf jeden Fall für das Ausgangstor. Halt doch mal dein Maul da. Ui, ja. Nice. Was können wir damit machen, Alter? Nichts, ne? Das ist einfach sinnlos. Das ist einfach nur, damit ich hier reinkommen will. Und dann nichts davon zu haben. Dankeschön, Spiel. So, was machen wir? Wie kommt man denn jetzt hier wieder... Hier wieder weg? Oh, hier. Hier, hier, hier. Okay. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay. Es gibt einen Weg, du musst nur deine Augen öffnen. Okay, können wir jetzt, äh... Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Oh, hier. Ja, doch. Du musst nur deine Augen öffnen. Dankeschön. So, jetzt haben wir den Code. 7957. Gut. Jetzt fehlt nur noch das Ausgangstor. Oh, Alter, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Äh, ja, wir haben den Roten. Roter, tu dein Werk. So. Jetzt sind wir schon mal hier. Das ist schon mal gut. Die sind schon mal weiter als... Ich sehe hier einen Scheiß, Alter. Was ist das hier? Kann ich hier irgendwo... Was habe ich denn da jetzt gekonnt? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen Plan. Irgendwas scheint nicht eingesammelt zu haben. Oder auch nicht. Kann auch sein, dass ich mich schwer täusche. Fuck. Okay, leben oder sterben, Sef. Leben oder sterben. Das ist doch die einzige Chance. Okay, du lebst noch. Dankeschön dafür. Okay, ich mache es spannend wieder an dieser Stelle. Also, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Muss ich ganz... Alter. Alter, ich habe mich gerade ein bisschen verjagt. Ja, halt deinen Mund. Du kriegst mich hier sowieso nicht. Du kannst nicht sprengen. Du bist viel zu fett. Du bist viel zu hässlich. Oh, Alter, da hätte es fast wieder geklappt. Ist immer noch kein Memory-Teil. Ich will meiner fucking Familie nichts kaufen. Was ist das hier? Ich verstehe es nicht. Oh, da haben wir die nächsten Schlüsse. Mensch, diese Runde läuft ja. Ich bin beeindruckt. Jetzt fehlt nur noch eine blaue Tür. Ja, ja, ich weiß, dass du unbedingt an meine Unterwäsche willst. Aber das wollen so viele. Und sie bekommen das auch nicht. Also, bleib mal bitte da, wo du bist. Und lass mich ja... Lass mich in die Ruhe. Nein! Hast mich nicht gesehen, ne? Bist du blöder. Okay. Sehr gut, dass wir das geklärt haben. Wir haben... Oh, oh, ja. Ach, hier war der fucking Fußball. Das ist doch nicht dein Ernst. Danke. Aber auf jeden Fall gut, dass wir hier reingekommen sind, ja. Da hätten wir... Da hätten wir... Wären wir an den Code gekommen. Oh, ja. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Mal sehen, was wir bekommen. Ihr only lived twice? Ist das vielleicht ein zusätzliches Leben? Ironman? Ich hab keinen Plan, was das macht. Ich spar mir das mal auf. Mal sehen. Wir werden es in der Gefahrensituation auf jeden Fall erfolgreich testen können. Äh, ich möchte da nicht hin. Da verliere ich doch wieder. Äh, zum Glück gibt's Alternativen. Es gibt immer Alternativen, Seth. Fuck! Okay, hier soll ich nicht springen, oder? Ich hab das gelernt. Alter, ich hab so Schiss seit dem letzten Mal hier irgendwo zu springen. Und dadurch irgendein Leben zu verlieren. Okay, da haben wir nochmal sowas. Hopp! Hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Ich... Okay, vielleicht sollte ich mal in die Gunst meiner Familie treten. Ich hab, glaub ich, beim letzten Mal so einen Burger gekauft, ne? Für 200 Tacken. Schön für 200 Tacken einen Burger gekauft. Das hätte auch nicht einen dem können, der hier rumliegt. Nein. Nein. Der ist am Rand schon ein bisschen trocken. Verwöhntes Pack. Alter, während ich mich hier abquäle. Meine Fresse. Da will ich aber ein ordentliches Preisgeld sehen, ne? Das ist euch bewusst. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Oh, also... Ich sollte nicht so leichtsinnig springen. Ich sollte immer mal gucken, was auf dem Boden ist. Wir brauchen die fucking Ausgangstür. Ich hab die noch nicht gefunden hier. Okay, das hebe ich mir auf. Oh no. Hopp! Yep! Dankeschön! Okay. Ich weiß auch überhaupt nicht... Oh, nö. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich da hin muss, ey. Okay. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Hopp! Oh, ey, Alter. Ich hab dem Spiel vertraut. Es hat mich nicht enttäuscht. Yep! Ich geh mal wieder zurück. Guck mal, ob es noch irgendwo einen anderen Weg gibt. Hier wahrscheinlich. Ja, hier. Nein! Nein! Ich bin mega aufgeregt. Ich hab doch alle Leben, aber ich bin trotzdem mega aufgeregt. Oh, nee. Hui! Ja, das hat ja richtig gut geklappt mit eurer Sprungschanze da. Sehr gut, Zef. Habt ihr mich ein bisschen verarscht, ne? Hat leider geklappt. Fickt euch. Ich will jetzt hier mal Iron Man testen. Ey, du Großkotz! Äh, ich hab's jetzt abgefeuert. Das bringt mir gar nichts. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Du bist wirklich richtig großzügig heute, ne? Alter, das schaffe ich nie im Leben. Okay. Okay, ich riskiere's. Hopp! 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 Gut, Zef. Du hast es drauf. Applaus auch an dieser Stelle. Ach, Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Ey, wehe. Jetzt kommt irgendeine Kreissäge oder sowas aus der Wand. Alter. Dann leck mich bitte. Wir haben hier keine Tür. Das war jetzt nur für diese eine Kackmünze. Willst du mich verarschen oder was? Ah, nein. Hier ist noch ein Weg. Hui! Okay. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. So, hier waren wir anscheinend noch nicht. Ich höre Schritte. Oh Gott, ich höre Schritte. Hi. Hallo? Oh Gott, hier ist nichts, oder? Ach da, das bist du wieder. Ich bin hier wieder bei der roten Tür. Na, Gott sei Dank. Oh, ich komme hier nie wieder raus, ey. Leute, ich frage mich gerade ernsthaft, ob wir da hier eigentlich zu dem grünen Schüssel kommen. Ich meine, das nützt uns nichts. Der Typ ist hier immer noch am Start. Der darf uns mal kurz nicht sehen. Guck mal bitte kurz weg. Geh mal bitte da kurz vor der Leiter weg an dich. Ich ausprobiere. Leck mich. Leck mich. Da, 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 da. Hopp! 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 Okay. Wir haben einen neuen Schlüssel. Moment mal. Hatten wir den noch nicht? War das jetzt der grüne? Warum haben wir den nicht im Inventar? Habe ich irgendwas verpasst gerade? War das jetzt alles sinnlos? Oh, nö. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich habe nur ein Leben. Aber ich probiere jetzt nochmal hier diesen gummischen Gang des Todes nochmal durchzuqueren, weil ich glaube, da kommen wir in die andere... Hm, die andere Seite dann mehr... Fuckin' hell! Fuckin' hell! Oh no, 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 no! Vielleicht war das keine gute Idee! Vielleicht bereue ich diese Entscheidung instant! Aber ihr seid bei mir und zum Glück seid ihr bei mir und zum Glück seid ihr bei mir! Wo ist hier die fucking Tür? Hier ist keine Tür! Alter, ich muss zurück! Nein, 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 nein! Alter, ich hab... Meine Nase ist ab! Okay! Weiter, weiter, weiter! Hier ist auch keine Tür! Doch, hier ist ne Tür! Oh, ich! Ich! Äh, was? Wo bin ich hier? Ich hab' ein bisschen gerade das Gefühl, ich soll hier nicht sein, oder? Können wir das vielleicht nochmal laden? Was ist das? Oh nein, ich bin außerhalb der Map, oder? Das ist nicht euer Ernst! Gibt's hier irgendwo nochmal die Tür? Hallo? Kommen wir hier irgendwo rein? Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht jetzt! Okay, liebe Leute! Ich bin auf jeden Fall im Hangar gelandet! Herzlichen Glückwunsch! Ich versuche mal, ob ihr... Hahaha! Hui! Bis zur Unendlichkeit! Und noch viel weiter! Das ist aber enttäuschend! Okay, liebe Leute! Ich würd' sagen, ich probier' das nochmal! Falls ihr Bock habt in der nächsten nächsten Runde oder so! Dass ich endlich mal diesen fucking... Alter Schwede! Das Universum ist tatsächlich eine Kugel! Wer hätt's gedacht! Okay! Dann... Dieses Verfolgungsauge da oben ist übrigens zu! Haha! Gut! Ich hätt' also nicht verfolgt! Hätt' ich ja gar nicht gedacht! Ja gut, liebe Leute! Falls ihr Bock habt auf noch ne Folge, dass wir den Ausgang endlich mal finden! Dann hoffe ich, dass ihr mir gewählt seid, einen Like zu geben! Dann seh' ich das auf jeden Fall! Ansonsten würde ich sagen, das war ne ziemlich spaßige Runde! Und wir sehen uns in der nächsten Runde dann! Wenn ihr Bock drauf habt! Ich hab' echt alles versucht, aber... Dafür kann ich ja nichts! Also nehm's mir auf jeden Fall nicht übel, Freunde! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Haut rein und ciao!